Liebe Schwestern und Brüder, der große, allmächtige Gott wird Mensch in einem armseligen Stall in Bethlehem. Gott entäußert sich und nimmt Menschengestalt an in Jesus von Nazareth. Davon berichten uns die vier Evangelien je auf ihre eigene Weise. Die wohl anschaulichste Erzählung hat der Evangelist Lukas für uns verfasst. In der Riturgie der Heiligen Nacht hören wir die Weihnachtsgeschichte aus seinem Evangelium. Und in vielen Gemeinden spielen Kinder im Krippenspiel das Geschehen nach. Die hochschwangere Maria und ihr Verlobter Josef, die verzweifelt eine Herberge suchen. Die Geburt Jesu, die schließlich in einem Stall stattfinden muss. Die Freude und das Lob der Engel, die mit ihrem Hosanna die Nacht buchstäblich zum Tag machen. Und schließlich die Hirten, die zunächst schläfrig und ängstlich in die Nacht blicken und dann staunend vor dem Kind in der Krippe im Stall auf die Knie gehen. All das will bedeuten, Gottes Menschwerdung ist eine Zusage an die gesamte Schöpfung. In der Heiligen Nacht sagt Gott Ja zu den Menschen und allen Geschöpfen. Gott kommt uns entgegen. Engel und Menschen, Himmel und Erde huldigen ihm, indem sie zu Jesus an die Krippe eilen. Diese Szene kennen wir aus den Krippendarstellungen. Die Idee, die Ereignisse der Heiligen Nacht in einer weihnachtlichen Krippenlandschaft darzustellen, stammt übrigens vom heiligen Franz von Assisi. Franziskus war es stets wichtig, Gott ganz besonders für seine Schöpfung zu preisen. Für ihn ist sie wie eine Schwester, mit der wir das Leben teilen. Jedes Geschöpf, ganz gleich ob Pflanze, Tier oder Mensch, ist auf ewig verbunden mit seinem Schöpfer durch ein unzerreißbares Band. Das Band zärtlicher Liebe. Das ist die Botschaft der Heiligen Nacht. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe große Sorge, dass wir dieses Band zunehmend strapazieren, bis es Risse bekommt und porös wird, wie der ausgetrocknete Boden in den immer größer werdenden Wüsten und Steppen in der sengenden Hitze Afrikas. Vor wenigen Wochen hat die Europäische Union den Klimanotstand ausgerufen. Es ist schon weit nach zwölf, sagen viele Forscher. Ist es nicht unsere Aufgabe, unseren Lebensstil sofort zu ändern, wenn wir die Botschaft Gottes ernst nehmen, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus selbst Teil seiner Schöpfung geworden ist? Wenn wir in diesem Jahr an der Krippe stehen, sollten wir daran denken, wer die Schöpfung zerstört, zerreißt das Band der Liebe, das Gott zu seiner Schöpfung geknüpft hat. Gott liebt uns in seiner gesamten Schöpfung und er wartet auf unsere Liebe. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen allen ein paar Minuten,